Guten Tag zusammen zu einem weiteren Guide von Mia Tigerfötchen. Es wird dieses Mal ein ziemlich kurzer Guide, weil es eigentlich nur eine Sache ist, die mit dem Patch kam. Und zwar hat mich dieses Riss im Eis, heißt das glaube ich, der Patch, nicht so ganz interessiert. Das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, waren die Fraktal-Updates. Es wird wahrscheinlich noch ein Video kommen über Hidden-Patches, die nicht in den Patch-Notes zertifiziert sind oder nicht reingeschrieben wurden. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil es gibt ein paar Spielmechaniken, die meiner Meinung nach nicht gewollt sind. Die können rausgepatcht werden, aber es geht jetzt um eine Patch-Note, die mich ziemlich gefreut hat. Und zwar geht es um eine Patch-Note, die mich auch betrifft, aktiv. Wir haben hier nämlich die drei unendlichen Tränke, die aber jetzt halt, wie gesagt, drei Plätze wegnehmen, weil es drei Tränke sind. Man kann aber jetzt diese drei Tränke in einen Trank verwandeln, der aber die Funktion von diesen drei Tränken hat. Dafür braucht man die Gabe des Aufstiegs. Ich habe schon eine gekauft, das liegt daran, dass ich glaubte, nur eine zu brauchen. Aber man braucht ganze fünf Gaben des Aufstiegs. Man braucht die drei Tränke. Und dann werden wir jetzt mal zur mystischen Schmiede gehen. Wie von Zauberhand befinden wir uns jetzt an der mystischen Schmiede. Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen wollte, ist... Das, was ich hier mache, ist im Endeffekt... Also die Preise, habe ich jetzt nicht nachguckt, müssten sich aber nicht geändert haben. Also diese drei Tränke kosten zusammen 18.000 Fraktalrelikte. Diese fünf hier kosten dann nochmal extra 500 pro Stück. Das sind also 2.500. Das heißt, wir haben hier einen Gesamtpreis von 20.500 Fraktalrelikten. Wir machen mal die mystische Schmiede auf, setzen die drei Tränke rein und die fünf Gaben. Und haben nun den unendlichen Nebel-Allmachtstrank. Man kann jetzt natürlich fragen, wie sinnvoll das ist. Ich habe hier unten ja schon die drei Buffs drin. Oh, die halten zwei Stunden. LOL! Der hält zwei Stunden jetzt! Also, man könnte jetzt fragen, wie sinnvoll ist das überhaupt, diesen Trank zu machen? Weil, man muss ja auch noch ernsthaft sagen, dass das Problem ist, man muss ja 2.500 extra Fraktalrelikte investieren. Aber der dauert ja jetzt nicht mehr... Also, erstens habe ich zwei Plätze weniger, die ich in meinem Inventar dafür verbrauche. Oder in meinen Plätzen hier. Und dann kommt noch hinzu, dass die jetzt zwei Stunden dauern. Ich brauche... Also, normalerweise brauche ich so mit meiner... Also, ich habe jetzt seit neuestem eine Stammgruppe 25 bis 35 Minuten für alle Fraktale. Vielleicht mal 40, wenn man einen schlechten Tag hat. Aber mit zwei Stunden muss ich das halt so gut wie gar nicht mehr einwerfen. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, was halt ein kleiner Guide ist, aber, ähm, äh, euch auch mal zeigt, wie das, äh, was mich halt in diesem Patch auf jeden Fall erfreut hat. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und... Ja, bis die Tage. Tschüss!